Was wohl sich die Leute denken? Hey Alex, bitte nicht schicken. Jetzt hat er seine Schuhsohlen verloren. Zeig mal Tobi, zeig mal. Slicks. Wir ziehen nicht. Achso, jetzt Wanderer denken die. Der war mal lange unterwegs, der hat seine Sohlen verloren. Schöne Säge. Säge für die Bäume? Niemals in die Hand. Nichts, Säge, okay? Jetzt wird angepackt. Jetzt umkehren. Ja. So. 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 Ja, wir kommen in eine Orte. Zivilisation. Wir sind nachher zu Hause. Oh ja. So, Mädchen. Ja? Ja? Ja. Ja. Ja.